so und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Genshin Impact Video und ihr habt bestimmt schon was gesehen was anders ist ich weiß noch nicht ob das auf dem PC oder so anders sein wird ich könnte mir gut vorstellen schon ansonsten links unten wenn ihr da mal hinschaut seht ihr zwei Sachen die anders sind erstens das ist die Android-Version denn wir spielen gerade auf meinem Handy zweitens es ist die Version 2.1 die ist heute rausgekommen und seit wir haben jetzt 4.11 Uhr das heißt sie ist seit 11 Minuten spielbar wir hatten noch Serverwartung deshalb bin ich direkt ab 12 oh 12 Minuten spielbar so die Sachen habe ich mir schon gestern runtergeladen da ist Genshin Impact ja so freundlich dass man einen Großteil schon vorher runterladen müsste kann sonst müsste ich mir jetzt ich glaube fürs Android sind es über dreieinhalb Gigabyte ne äh nicht doch etwa dreieinhalb Gigabyte das ist echt viel ähm aber okay das Spiel hat auch viele neue Features bekommen unter anderem gibt es zum jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu angeln und ähm natürlich Raiden Shogun Baal ist verfügbar also der die Aschonte von Inazuma wo wir uns ja eigentlich kloppen ähm ja ich weiß sonst aber noch nicht viel über das Spiel oder über die Neuerung ich weiß es sind äh neue Inseln in Inazuma reingekommen der dritte Akt des äh äh der Innazuma Story das war ja noch lange nicht äh neue Inseln neue Bosse ganz vieles neu aber okay das äh es ist nicht ganz so groß wie äh 2.1 das Update aber immer noch groß genug so jetzt hoffe ich mal dass hier äh bald fertig ist mir gehen so langsam die Themen aus naja ihr habt vielleicht gesehen ich hab mir ja äh ordentlich was zusammengespart und das das vor allem weil ich Raiden Shogun haben möchte und ich dachte mir das äh kloppen übers Handy ich mag es inzwischen nicht mehr so sehr ja wow ähm ne es funktioniert gut auf dem Handy ähm oder Smartphone äh egal ähm die Sache ist einfach äh ja Maus und Tastatur ist halt schon etwas komfortabler als da auf einem kleinen Bildschirm mit einem dicke Finger rum zu hantieren auch wenn ich keine dicken Finger hab und äh ich hab ein Huawei P30 äh als Handy äh also der Bildschirm ist gar nicht mal so klein eigentlich äh ja ähm ähm übrigens ich weiß das Huawei P30 ist äh wann kam das raus ich glaub 2019 ähm ähm und da war es ein High Class äh Handy äh und klar damit funktioniert Genshin Impact ziemlich gut allerdings ich hab auch Freunde die haben ähm ähm die haben so Handys unter 200 Euro etwa und äh äh die sind zwar von 2020 aber so groß weil der Sprung 2019 äh 2020 ja jetzt nicht äh äh ähm trotzdem die schaffen Genshin Impact auch ziemlich gut die handys ja also wenn ihr euch da ää negotiation Impact Genshin Impact funktioniert ziemlich gut auch mit sachet ich sag mal leistungsschwächeren Handys ähm es gibt auch mehr ganze ähm es gibt auch eine Seite ähm da kann man äh ähm da kann man halt nachschauen welche Handys äh die sind das Ja, auf welchen Handys funktioniert Genshin Impact und ich denke mal auf recht vielen der neueren. Funktioniert es zumindest Android Smartphones bei Apples, wie heißt es noch, iOS, habe ich keine Ahnung. Aber die Liste von Android Smartphones ist recht lang. Ich weiß zum Beispiel die ganzen Google Pixel Handys, die funktionieren damit wohl laut dieser Seite. Das heißt natürlich nicht unbedingt alles auf höchsten Auflösung und so, aber es sollte gut funktionieren. So, ja, man sieht schon das Interface ist anders und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, ah, okay. Okay. Ja. Erstmal Paimon Menü öffnen. Ankündigungen. Und ja, das ist ein bisschen langsamer als auf dem PC, aber ja gut. Wattazumi und Tsai-Rai. Neue Inseln im Gebiet von Inazuma. Neues System Angeln. Neue Aktion Wolkenfetzen und Sternschnuppen. Meldig während des Aktionszeitraums insgesamt sieben Tage im Spiel an, um verwobene Schicksal zehnmal und andere Belohnungen zu erhalten. Okay. Mondlichtfreude. Neue Figuren. Shogun Raiden. Und ihre untergebene Kujusara. Oder Krähenfeder Kaburaya. Okay. Beide Elektro. Bald kommen Sangonomiya Kokomi. Okay, kenne ich nicht. Aber natürlich Aloy. Ja, das ist ja schon länger bekannt, dass Aloy aus Horizon Zero Dawn kommen wird. Beziehungsweise diese Figur ist ja jetzt nicht bald verfügbar, sondern für die Leute, die auf Playstation 4 oder 5 Genshin Impact spielen, jetzt schon. Wir andere müssen doch bis Oktober warten auf Version 2.2. Dann kriegen wir sie auch. Kostenlos übrigens. Also sie kriegt man definitiv kostenlos. Ich vermute aber auch mal, dass es gibt in dem Spiel eine Mechanik, wenn man nach 90 Gebeten, ich glaube zumindest beim Standardgebet, immer noch keinen Fünf-Sterne-Charakter bekommen hat, kriegt man beim 90. Gebet definitiv einen Fünf-Sterne-Charakter. Ich glaube mal, Aloy zählt allerdings nicht dazu, wenn man sie bekommt, weil sie kriegt man über eine Verteilung, nicht über das Standardgebiet. Außerdem, es würde dann halt diese Mechanik mit dem garantierten Fünf-Sterne-Charakter komplett, ja, würde man es quasi komplett rausnehmen. Soviel nur dazu. Neue Waffen, Stangenwaffe, Gras-Schnittstrahl und Katalysator ewiger Mondschein. Okay. Okay. Der luxuriöse Seekönig ist einfach mein Fisch. Okay. Das ist, ähm, cool. Neue Gegner, La Signora. Sie ist eine der Fatui, eine der, ähm, der Harbinger auf Englisch, ich weiß gerade nicht. Ne, ich meine, auf Deutsch heißen sie einfach nur die Elf, die Elf Anführer und Stärksten der Fatui. Dann die Hydro-Hypostase. Das sind Anführer-Gegner, die sehen alle aus wie so Würfel. Verkörperung des Donners. Okay. Irgendwie vermute ich mal, er ist dann der allerletzte Entgegner der Story, der Inazuma-Story. Ja, wahrscheinlich mit La Signora, weil La Signora sieht eigentlich nicht so aus. Allerdings die Fatui, ich habe ja schon mal erzählt, die, äh, haben zwei Elemente, oder ein zweites Element von der Saritza von Shnesnaya bekommen. Und dadurch ermöglicht es ihnen auch, dass sie sich in eine, ja, stärkere Form halt, äh, transformieren können. Und, ähm, ja, das könnte durchaus, äh, La Signora's Battle, äh, Schlacht-Formation sein. Neue Sphären, Herrenhaus im Becken, Einsel, Narukami, Tenchukaku. Ja. Neuer Auf, äh, neue Handlung, Aschonten-Auftrag, Kapitel 2, äh, 3. Akt, Allgegenwart und den Menschen, okay. Ja, okay. Ja, okay. Den Rest, äh, lesen wir uns jetzt nicht durch. Ein denkwürdiger Tag. Heute ist der Geburtstag der großen Astrologin Mona. Oh, die habe ich nicht, aber die ist eine Waifu von meinem Kumpel, der, äh, ja, den ich halt dazu gebracht hat, hier das, äh, Spiel zu spielen, ne. Er hat Mona übrigens auch. Und auch im Main-Team. Ähm, ich lasse euch hier jetzt einfach mal lesen. Ähm, wenn ihr es, beziehungsweise wenn ihr es lesen wollt, dann macht einfach die, äh, macht einfach Pause. Also, der Weisheit letzter Schluss, Leben. Monas Spezialzubereitung, das, okay. Sammeln wir natürlich ein. So. Die Routinewartung, von der ich, äh, gesagt, erzählt habe, ist beendet. Und dafür kriegt man 300, äh, Urgesteine. Immer, das ist eigentlich immer ganz nette bei einer Routinewartung. Die ist jetzt, glaube ich, von, äh, ich weiß nicht mehr, mindestens von 12 Uhr bis 4 Uhr gewesen. Also, mitten in der Nacht. Kein Problem. Okay. Äh, ach so, wegen Bug-Fixus. Problem des, Behebung des Problems, bei dem der Effekt in Flammen auf Figuren, der nicht von Figuren selbst, das heißt von Monstern, der Umgebung und so weiter verursacht wird, fälschlicherweise von der Elementarkunde der Figuren beeinflusst wurde. Okay, habe ich so nicht bemerkt. Behebung der fehlerhaften Effekte der Kampf- und passiven Talente einiger Figuren. Hab ich so auch nicht bemerkt. Behebung des Problems, dass die Reaktion Eisbrecher ein, Krühe und Eisschillen von Gegnern viel zu hohen Schaden zufügte. Nach der Behebung liegt der Schadenswert wieder auf dem Niveau von, äh, Version 1.5, bla bla bla. Ja, okay. Ja, habe ich alles so nicht bemerkt, aber 300 Uhr gesteint. Ich werde mich nicht beschweren. So. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? Ja, die Aktion. Probelauf. Achso, Sacharose und noch eine sollten eigentlich, ähm, supported werden. Äh. Ferner Donner erklimmet den zerbrochenen Amukamu-Gipfel und folgt dem Schall des fernen Donners. Der gewaltige Donner bliegt hoch im Himmel auf alle Lebewesen auf den Inseln hinunter und wirbt ein dichtes Netz von rebellischen Stürmen. Okay. Ordentlich guter Stuff. Und was ist das? Sturmperlen. Material zur Verbesserung von Figuren. Okay. Und was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, stimmt! Als ich das gerade gehört habe, habe ich mich wieder daran erinnert. Ich habe ja hierbei... Ja, okay. Das ist der Erlebnispass. Der ist jetzt zurückgesetzt worden. Okay. Gab es gerade einen kleinen Cut, weil ich aus Versehen das zugemacht habe? Egal. Ja, der Erlebnispass ist zurückgesetzt worden. Und ja, schon habe ich 120 Erlebnispass-Punkte. Okay. Und ja, diese kleine Geschichte gibt es jedes Mal, wenn der Erlebnispass zurückgesetzt wird. Keine Ahnung warum jedes Mal, aber naja. Achso, genau. Ich habe mich gerade... Ja, ich habe halt gerade hier die japanische Sprache eingestellt. Und ähm... Achso, hier. Wehe. Naja. Und äh... Die Geschichte erinnert mich ein bisschen an, ähm... Die Vokaloid-Geschichte. Hier wird... Wie heißt das noch? Wo, ähm... Kagamine Rin, äh... Die ebenfalls eine böse Prinzessin ist. Ähm... Auf jeden Fall die Geschichte von Len heißt Diener des Bösen. Ach, stimmt. Rinz ist Daughter of Evil. Und... Ja, da gibt es auch jede Menge andere Charaktere, die auch dazugehören, ihre eigenen Songs haben. Aber... Puh! Rin und Len. Best... äh... Beste... Na ja, Gott. So, jetzt aber. Im Schatten der Welt. Figurenaktionsgebot. Ja... Ähm... 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 Vermut mal Xian Ling ist ebenfalls... Äh... Supported. Aber da man die eh bekommt, kann man die nicht ausprobieren. Also... Wahrscheinlichkeit für 5-Sterne-Objekte 50%. Ja... Heil Shogun Raiden. Und die anderen... Ähm... Ja... Das alles lasse ich euch, äh... Äh... Ach, mein Junge. So... Genau. Hier kann man Waffen ziehen. Gibt mehrere. Allerdings auch über die, ähm... Verwobenen Schicksale. Deshalb benutze ich das eigentlich nie. Kurz setzen auf Grasschnittstrahl und hoffen, dass... ähm... Ja... Dass diese Naginata... Würde ich sie ziehen wollen, ähm... Shogun Raiden, äh... Supported. Weil... Auch, äh... Wenn unser Bubasword... Natürlich ihm nach dem Schwert, was sie aus ihren Brüsten zieht... Äh... Sorry. Das ist schon seit Wochen ein Meme. Ja? Ähm... Dass sie Bubasword genannt wird. Ähm... Dafür natürlich famous ist. Sie benutzt ne... Äh... Äh... Lanze. Soweit ich weiß. So. Boah. Hab ich... So. Verwobenes Schicksal. Können wir uns eigentlich... Direkt drei... Na... Ich mach mal erstmal... 20. Ich hab jetzt grad übrigens keine Ahnung, warum mein, äh... Äh... Okay. Na... Um 5 Uhr. Hm. Machen wir erstmal ne Zehnerziehung. Und... Wen... Haben wir denn da? Ich weiß übrigens nicht, warum das grad so rauscht. Bei meinem, äh... Bei meinem Handy. Bei meinem Handy. Das hat Genshin Impact leider mal. So. Eigentlich Scharschürzen. Jade Kugel. Schwarze Quaste. Drachenblutschwert. Magieführer. Noch ein Magieführer. Kühle Klinge. Ja, ich geh das bisschen... Einfach so durch, weil... Kühle... Ne... Schwert der Dämmerung. Schwert der Dämmerung. Ein rostiger Bogen. Okay. Äh... Stu... Stufe 4 Waffe. Aber... Ja... Ich will den, äh... Charakter. Also... Nochmal Zehnerziehung. Los! Flieg und Sieg und... Das ist jetzt ein Charakter. Okay. Geil. Ähm... Ich hab ja von Mona schon gesprochen. Jetzt hab ich sie auch. Cool. Freut mich. Ähm... Ich würd sie jetzt gern teilen. Aber... Ich hab nicht... Keine Lust noch mehr zu schneiden. Als ohnehin schon. Außerdem... Ach, dann sieht's mein Kumpel ja eh. Okay. So... Sonst haben wir eine Jade Kugel. Drachenblutschwert. Hell... Von hellen... Von hellen Taten der Drachenbezwingung. Ich glaub, das hab ich gar nicht. Oh, egal. Rabenbogen. Okay. Hab ich auch noch nie gezogen. Schwert der Dämmerung. Schlagfestes Argument. Oh! Yay! Endlich! Okay, hier raste ich einfach mal mehr aus als bei Mona. Obwohl Mona der... Okay. Mona ist mein erster Fünf-Sterne-Charakter. Aber Sacharose ist mein erster Anemo-Charakter, der nicht der Reisende ist. Ja? Das ist geil. Okay. Richtig gute Ziehung. Jetzt schon. Wen haben wir noch? Die Steinschleuder. Okay. Okay. Cool. Das ist cool. Ja. Okay. Aber... Ich will Raiden. Nicht nur meine Gegner, sondern auch Bubablades. So. Noch zehnmal. Und... Komm, komm, komm. Ah, nee. Lila, das ist wieder nur eine Waffe, ne? Oh. Ja. 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 Rabenbogen. Steinschläger. Städte Dämmerung. Altes Scharfschützen. Und... Himmelsflug... Oh! Puh! 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 hier verwobene schicksal neu aufgefüllt und mit herrenloser sternstaub ich weiß nicht ob das für mich dann immer noch 45 prozent reduziert sein wird wäre cool wenn dann könnte ich mir direkt die fünf stück kaufen okay die hier das verwobene schicksal die sechs stück die werde ich dann später ziehen ich muss ich kann jetzt nämlich leider nicht so lange warten ich muss um fünf auf der arbeit wird zur arbeit los daher sehen wir jetzt uns jetzt auch nicht die charaktere an sondern wir warten damit bis heute nachmittag dann wieder auf den großen pc und genau damit ihr auch mal sieht wie man so trocken kämpft ja aber okay so ich hoffe es hat euch gefallen ich verabschiede mich und sage gruß zynas fan